Teile zusammenpacken schade auf jeden fall gerade bewegung ich habe mich gesehen laber nicht zumindest nicht getroffene schon mal ganz gut wo wo schleicht er hier rum oh also den ich jetzt als letztes erschossen habe von dem würde ich die waffe haben die waffe ist geil an die schüsse her irgendwo da hinten vorbei ich habe ein volles mech sehr gut das nehmen wir auch noch mit das leere schritt gehört hier Oh mein Gott, das war so viel bei. Okay, wir werden mich jetzt von der anderen Seite versuchen zu holen. Boah, war der leise. Den hab ich gar nicht gehört. Hey, das Spiel hat echt Potenzial, ne? Das macht schon richtig Bock. Nicht unload, sondern droppen. So, mehr von diesen Old Flash Nights. Nibelkniebel, herzlich willkommen, schönen guten Abend, schöner Nick, wie geht's dir? Wow. Nimmst du das wieder bitte? Danke. Ist auch die richtige gewesen, ja, ne? Okay. Auch soweit, Ibelkniebel. Ein bisschen müde bin ich, aber sonst geht's mir gut. War dein Tag? Duh. Aber sehr wahrscheinlich, DJ. Sehr gut. Das ist ja auch eine Alpha, ne? Also, da wird noch viel mehr kommen. Und Ibelkniebel, danke für deinen Follow. Vielen lieben Dank und herzlich willkommen auch weiterhin. Ich muss dir aber schon mal vorwarnen, das ist nicht das einzige Game, was wir zocken. Hier ist sehr genreübergreifend. Wir haben viele Games, die wir zocken. Morgen zum Beispiel, 20 Uhr, Helldive Wars 2. Mit Team und am Samstag gibt's Community Games mit Rocket League. Und dann müssten wir eigentlich mal wieder Old Games machen. Sunkenland. Ich weiß es noch nicht. Also hier ist sehr viel. Survival, Shooter. Verlassen sie mich schon wieder. Action-Adventure, Story-Games. Wir zocken alles. Trotzdem herzlich willkommen. Wo war der eine, der gerade hier über die Straße gelaufen ist? Den will ich haben. Da ist er. War schon hier so ein springender Schatten. Großen Rucksack. Lass dich looten. Lass dich looten. Acker. Hier kannst du behalten. Willi nicht. Ah, ist ja Mist, dass du mich hier nicht reinpacken kannst. Wobei ich hab genug eigentlich an Loot, oder? Die zweite Waffe. Mein Stash müsste eigentlich voll sein. So ein bisschen aufpassen. Hinter das Gebäude müssen wir. Mal. Wie sein Marco? Mal. Mal. ... Mal. Mal 2019. Wer weiß, wir machen ja irgendwann noch eine PvP-Variante. Ist erst eine Alpha, ne? Fakt mal, was steht da? Eine Pre-Alpha 1.0.14.7 Steht oben rechts, ganz unten. Einen sehen wir, weil es sehr durchsichtig ist. Da oben müsste da auch noch wer kommen, ne? Jetzt noch nicht so viel Krach machen. Aber es macht Spaß. Also für das Geld ist es das Geld auf jeden Fall wert. Komm ich da durch? Ich bin so dick. Irgendwo hier muss das sein, ne? Ist im Gebäude drin. Oh, wahrscheinlich hier unten. Oh Mann. Warte, wer außerhalb. Warum haben wir eigentlich die Schlüssel hier zu? Ist denn nicht aufgesammelt? Okay. Hat das Dokument. Hey, gab nur 40 Dollar. Lohnt sich gar nicht mitzunehmen. Ja, so ist das, ne? Und jetzt müssen wir... Und jetzt müssen wir... Platzieren. Aber warum wird platzieren nicht mehr angezeigt? Das ist auf einer ganz anderen Ebene. Okay. Shit, wie kommen wir denn da hin? Da sind wir extracted. Ich hoffe, dass wir hier lang kommen. Kommen wir hier außen rein. Da hin, dann gehen wir da raus. Das ist der Weg, oder? Markierung setzen. Warum sehe ich die Markierung anscheinend nur auf der Karte, ne? Jupp. Da lang müssen wir gleich. Füllen wir eben nur ein Glas auf. Jupp. Sag Leute. Okay. Also die Missionen machen schon Spaß. Ich hoffe, die lassen sich auch gut noch was einfallen. Für weitere Missionstypen. Vor allem Maps, ne? Aber ich habe auch keine Ahnung, wie groß das Team dahinter ist. Für den Berg links geht auch. Mal gucken, welcher Berg du meint hast. Hast du den hier? Oh ja. Hier kommt man auch durch, ne? Ich habe nur keine Ahnung. Ich finde die Map, die ist echt nicht gerade hilfreich. Ich hoffe, das ist jetzt gerade sehr offensiv. Ich hoffe, dass es recht sich nicht. Stimmt auch auf den Dixi-Klo. Kopfgeldaufträge wären cool. Okay. Finde ich auch klasse. Vor allem, man kann ja so viel mit so einem Game machen, ne? Das habe ich schon wieder überlegt, wo ich die Map habe. Tadam. Bin ich nun? Ach, da bin ich. Bin ich hier durch? Ja. Nee, ne? Ich fühle mich dann doch nicht mehr so sicher. Da ist mein Freund. Nee, das ist gar kein Freund. Okay. Was, 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 was? Ich will dich extrakten. Hä? Aber hier ist generell Extract, oder was? Schade. Das war auch so nicht einsichtig auf der Map. Jetzt kommt man hier rum. Na gut, gehen wir an den anderen Weg. Wir haben ja noch Zeit, ne? Ach, hier kommen wir drüber, ne? Okay, dann nicht mehr. Welcher Gegend ist meine Ausdauer sofort platt. Ja, wir gehen außen rum. Und dann gab es nur noch ein paar Mal. Okay, das ist nicht mehr, aber wir gehen da. Das ist nicht mehr. Jetzt sind wir ein paar Mal. Dann bin ich noch mal da. Und dann bin ich noch nicht mehr. Ah, ist wieder so ein Bereich, wo ich mich gar nicht auskenne. Boot Radio. Boot Radio. Prept mir. Munition. Ich glaube nicht, dass ich hier irgendwo langkomme, oder? Game sagt nö. Okay, gehen wir halt weiter. Okay, gehen wir halt weiter. Das waren meine eigenen Schritte, die mich irritieren. So, ja, jetzt laufen wir genau den Pass, den ich nicht wollte. Nehmen wir das was? Hm. Ein bisschen verschluckt, sorry. Weil es ja auch kein Gegner ist, ne? Noch nicht. Wahrscheinlich. Diese Fabrik, wo ich rein muss, ne? Was ist die vor uns? War uns auf jeden Fall schon ein richtiger. Oh, der hat aber gut getroffen. Scheiße. Ja, ja, jetzt kommt noch mehr. Danke. Wo sind sie? Fuck off. Nein! Da kam einer von oben. Scheiße.